Wer kennt sie nicht? Diese neuen Elterntypen dürfen bei keinem Elternabend fehlen. Bewundert, gehasst oder einfach ignoriert, stellen sie den ultimativen Endgegner für Lehrer und andere Eltern dar. Erkennt ihr welche wieder? 1. Die Angeber Also mein Kind, Justin, der kennt ja wirklich alles. Ich habe mal einen Ort da mitgebracht mit Erfolgen und Urkunden, die mein Sohn alleine in den letzten zwei Jahren gesammelt hat. Neben Klavier und Geige spielt er natürlich noch Fußball, aber natürlich in einem Privatclub, natürlich ja. Und er kann einfach jeden unterrichten, also ob Mathe, Deutsch oder Englisch, er kann einfach schon alles, obwohl er in der ersten Klasse ist. Und wussten sie, dass er schon lesen und rechnen konnte, als er in die Schule kam? 2. Die Gesunden Also mein Kind, Michelle, kam letztens wirklich nach Hause und wollte Fleisch essen. Das geht natürlich gar nicht. Dieses ungezunde Zeug hier in der Kantine, das funktioniert nicht. Ich fordere mehr Brokkoli. 3. Die Kohle Jo, Brody, letzte Reihe. Damals, ich habe Karten dabei. 4. Die Ehrgeizigen Ähm, ich habe da mal eine Liste vorbereitet mit Kritikpunkten an den Lehrer. Wir müssen gegen diese unfähige Person rebellieren und das Protokoll schreibe ich natürlich auch. Und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, mich auch als Elternsprecher aufstellen zu lassen. 5. Everybody's Darling Ach, Ulrike, es ist so schön, dich zu sehen. Ach, meine Gute, erzähl, wie waren die Sommerferien? Wie geht's dir? Was hat die gemacht? Wer ist Ulrike und wer sind sie überhaupt? 6. Der Retter in der Not Also, ähm, wenn niemand Elternsprecher werden will, dann mache ich das natürlich selbstverständlich gerne. 7. Die Workaholics Ach, entschuldigt bitte, dass ich zu spät bin. Ich hatte noch ein ganz wichtiges Meeting und gleich muss ich noch meine Kinder abholen und den Hasen wählen und die Welt retten. Ach Gott, ach Gott. 8. Die, die keiner leiden kann Ich weiß, es ist schon spät. Oh ja, 22.30 Uhr, aber eine kleine Frage hätte ich da doch noch. 9. Die Gelangweilten Äh, wenn ich da mal kurz unterbrechen dürfte. Wieso darf genau mein Sohn jetzt kein Handy in der Schule haben? Ich meine, immerhin ist er schon sieben. Ende